Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es glaube ich eine Premiere und zwar Girls Only Ride. Ja mega. Ich glaube das haben wir echt fast noch nie gehabt. Nee noch nie. Na. Echt cool. Klamisch. Ja Appell ist Teil auf Schotter, Teil auf Schnee. Dann seht ihr den Christbaum. Wir feiern das immer voll, wenn so was am Wegrand ist. Bestimmt die Britta von in der Mitte lang. Ja das stimmt. Aber füllen wahrscheinlich, oder? Ja füllen. In den Mittelgebirg lang sind immer warm. Aber zum Glück nicht windig bis jetzt. So, ohne männliche Verstärkung hätten wir fast vergessen euch vom Gipfeldeak zu berichten. Ja geschafft. Oben sind wir. Ja wir sind schon traurig angezogen. Aber es ist gar nicht so kalt. Es ist eigentlich ganz fein heute. Aussicht hier ist auch immer geil. Obwohl es eben eigentlich nur 600 Höhenmeter sind. Lohnt sich. Und der tiefe Winter hat hier noch nicht Einzug gehalten. Das ist mehr so ein Hauch. Ja aber schon mal mehr, oder? Ja das stimmt. Aber zum Radfahren reicht. Ja und zum Rutschen auch. Stimmt. Oh der Helm ist fein warm. Das ist jetzt für den Winter echt ganz cool. Ah der Helm ist fein warm. Fein. Ja das ist schon auch immer geil hier rein. Ja das ist auch immer geil geil rein. Ja das ist auch immer geil geil rein. Ne ne ne, nach der alte. Ich fahr da nicht so. Oh, jetzt fahrt er damit ein. Der ist gut. Der hat sich da einen Baum. Aber der ist, glaube ich, in den Eier drin. Nee, nee. Ah, und wenn ich alleine bin, dann fahre ich meistens diese eine Abkürzung nur hinten rein. Dann fahre ich wieder an. Ich habe noch eine Abkürzung. Jetzt mal, ich bin gleich wieder an der Abkürzung. Ah ja, ich habe noch eine Abkürzung. Oh ja, ich habe noch ein Abkürzung. Ah, und wenn es vielleicht nicht weit geht, dann können wir alle aufstechen. Ah ja, ich bin schön. Ja, eben. voll krass der Punkt ist laut Das ist voll. Im Winter ist alles schwieriger. Ja voll. Und mit mir ein bisschen schluss sieht es auch voll cool aus. Ja. Aber geil oder? Das ist voll krass, dass der echt nicht fluss haltet. Ja, das ist voll krass. Ja, das ist voll krass. Das war's. Oh, ja. Das war's. 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 Ich bin Alex. Schau, schau! Ja voll geil, das ist teilweise so glücklich, aber zum Glück nicht so matschig. Nein, weil es hier wieder vorne trotzt, die ersten Jahre, die Jahre, das ist toll. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ah, gut. Das war's. 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 Das war's.